Diese zur Miete angebotene gut gepflegte zweieinhalb Zimmer Doppelhaushälfte befindet sich im Kreis Neuwied. Das 1994 erbaute Zwei-Etagen-Haus wurde 2014 saniert. Für Wärme sorgt eine Gaszentralheizung. Das Haus verfügt über einen Keller. Es hat ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 300 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von 80 Quadratmetern auf. Die monatliche Gesamtmiete des Objekts beträgt 620 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017